Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 11. Juni. Ja, langes Pfingstwochenende. Ich hoffe, ihr habt ein schönes gehabt und startet jetzt erfolgreich in die Woche. Und wir haben heute für euch dabei Apple, Galaxy Fold, Google Maps, Waze und Gmail. Ja, übergreifend würde ich die Folge Erscheinungsdaten und Google Zeugs nennen. Denn wir beginnen mit Apple und dem neuen Mac Pro und dem Pro Display XDR. Die wurden ja vor einer Woche vorgestellt und als Veröffentlichungsdatum galt der Herbst. Und jetzt ist es ein bisschen genauer, denn auf den US-Seiten ist jetzt angegeben worden, dass beides der Mac Pro und auch das Pro Display XDR beide im September erscheinen werden. Und manche vermuten, dass das dann wohl parallel zum Herbst-Event von Apple ist. Und Samsung, die Konkurrenz von Apple, die hatten ja Probleme mit dem faltbaren Galaxy Fold. Das ist ja in den ganzen Testgeräten mehr oder weniger von alleine auseinandergefallen. Und sollte eigentlich am 26. April rauskommen. Das wurde dann ja erstmal auf, ja, irgendwann verschoben. Und jetzt hat Samsung bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Wochen das neue Loan-Statum für das Galaxy Fold bekannt geben werden. Also, das ist mal eine News, ne? Eine Bekanntmachung für eine Bekanntmachung. Sachen gibt's. Jetzt gehen wir mal zu Google rüber. Ich habe ja ganz viel Google heute. Google Maps testet gerade in Indien eine Funktion. Und zwar eine Funktion, die einen alarmiert, wenn der Taxifahrer auf der Route, die man geplant hat, abweicht. Sprich, 500 Meter weg, dann gibt's einen entsprechenden Alarm. Das kann man anschalten. Und dann kann man sagen, hier, du, fahr mal wieder den richtigen Weg. Oder was ist denn hier los? Mal nachfragen. Denn kann ja viel passieren. Denn Taxifahrer machen ja gerne mal eine Extra-Route für den Extra-Euro oder Rupien oder was die in Indien auch haben. Ja, schöne Funktion. Ich hoffe, die kommt dann auch bald für alle anderen. Was auch bald für alle anderen hoffentlich kommt, denn es kommt jetzt erstmal wieder nur in den USA, wird dann aber langsam ausgerollt. Das ist der Google Assistant für die Navigationssoftware Waze. Waze gehört ja auch zu Google. Die haben das 2013 gekauft. Ist ein Navi-System, was viele sagen, besser als das von Google Maps sogar ist. Und die bekommen jetzt auch den Google Assistant. Und dann kann man natürlich diverse Funktionen viel einfacher nutzen. Und gerade wenn man Auto fährt, sollte man ja die Hände und Konzentration am Steuer bzw. auf die Verkehrssituation haben und sich nicht mit dem Handy beschäftigen. Und von daher schöne Funktion, dass die in Waze integriert wird. Und letztes Thema für heute, das ist Google Gmail. Der Mail-Dienst von Google, der bekommt und diesmal für alle am 2. Juli Dynamic Emails. Die sind Amp-Powered. Amp, das ist ja, das heißt Accelerated Mobile Pages. Das ist das Format, was Google entwickelt hat, damit Webseiten einfach schneller geladen werden, weil weniger, ja, Krimskrams drumherum mit rüberkommt. Und Amp in Gmail heißt dann eben Dynamic Emails. Und das bedeutet, dass man ganz viele Sachen innerhalb einer Mail machen kann. Also man kann zum Beispiel für ein Event zu sagen, man kann ja Forms, also hier abfragen, umfragen, sonst wie ausfüllen, direkt in der E-Mail. Und das ist eine schöne Funktion. Die kommt dann aber auch erstmal nur für Gmail im Web. Und Mobil wird dann ein bisschen später hinterher gereicht. Wie gesagt, generell tolle Sache. Nur, ja, ist erstmal Gmail exklusiv. Und für andere E-Mail-Clients wohl nicht gedacht. Aber es sind wohl auch schon einige Partner an Bord. Zum Beispiel die Hotelfluge-Reiseplattform Booking.com ist dabei. Doodle, ein sehr beliebter Dienst, wo man sich abstimmen kann, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Und auch hier solche Social Media, weniger Schwergewichte wie Pinterest, wollen da auch mitmachen. Tja, gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie das wird. Und ja, ich wünsche euch einen guten Dienstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.